Wenn wir den Ölstab messen, muss der Motor still stehen. Wir nehmen den Ölmestab zuerst raus und putzen ihn sauber ab. Wir machen dann die Messung, indem wir den Ölmestab wieder ganz ab. Dann können wir das hier nachher sauber ablesen. Wenn es etwas braucht, um nachzufüllen, haben wir sämtliche Ölqualitäten hier bei uns. Sie können das jederzeit bei uns nachfüllen oder abholen lassen.